Heute stelle ich dir einen Künstler vor. Er heißt Jan Vormann. Jan Vormann braucht keinen Pinsel oder Stifte. Er macht seine Kunst mit Legosteinen. Er baut damit aber keine Häuser oder Raketen. Er geht raus und sucht sich Mauern, an denen etwas abgebrochen ist oder in den Lücken sind. Diese Lücken versucht er dann mit Hilfe der Legosteine wieder zu füllen. Dort baut er sie ein oder baut sie um Ecken herum und es werden echte Kunstwerke. Jetzt bist du dran. Sei wie Jan Vormann, suche dir zu Hause eine Mauer mit einer Lücke oder in deinem Garten und fülle diese Lücke mit Legosteinen. Viel Spaß! Schicke mir gerne ein Foto von deinen Legomauern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.